Ich bin heute zusammen mit Luna, das ist der Hund unserer Familie, zu Crema gefahren und wir haben Geburtstagsgeschenke für eine Freundin von mir geschockt. Luna war das allererste Mal mit bei Crema und wir sind dann auch gleich zu den Reizocken gegangen. Dort habe ich dann auch so richtig schön glitzernde Rosane gefunden, die habe ich dann gleich mitgenommen. Pferdehalfter konnte mich heute aber keiner überzeugen, deswegen sind wir weiter zu den Süßigkeiten gegangen. Da haben wir gleich so ein Pferdchen eingepackt. Die nächste Station war dann beim Hundespielzeug, da kam so ein süßer Quietschtonat mit. Meine Freundin hat nämlich zwei Hunde und das passt sehr, sehr gut für sie. Luna hat das auch geprovet. So ein Apportier-Dings habe ich dann auch noch eingepackt. Das kann ja wirklich jeder Hundehalter gebrauchen und Luna hat sich auch was ausgesucht. Dann habe ich dieses wunderschöne Reit-T-Shirt gefunden, das passt perfekt zu ihr. Und auch noch Pferdenudeln, die kamen auch mit. Und dann war ihr Geburtstagspaket auch schon perfekt. Luna hat dann noch Leckerlis von den Verkäuferinnen bekommen, total lieb. Und sie war dann auch ganz stolz auf unseren Einkauf und hat sich auch sehr über ihr neues Spielzeug gefreut.